Der Hassknicke. Verhaltensregeln für Verhaltensauffällige. Geht ganz schnell. Mit der AfD im Bundestag muss man umgehen wie ein verdammter Erwachsener. Souverän und gelassen. Natürlich geht's denen nur um Selbstinszenierung. Und sogar die Adligen in der AfD benehmen sich wie Berufsschüler am Ballermann. Hier die von Storch. Guck mal, meine Hand kann reden. Und hier beschwert sie sich wahrscheinlich über den Geruch des Opas vor ihr. 709 Abgeordnete müssen sich jetzt mit Schwachsinns AfD-Themen rumschlagen wie Sollte Deutschlandessprache werden? Ich finde nein. Ich bin allerdings entschieden dafür, dass der Bundesadler durch einen Rauhardackel ersetzt wird. Ja, auch das ist Deutschland. Die sind gewählt. Also nicht provozieren lassen, sondern die Luftpumpen inhaltlich zerpflücken. Hier, ein zwölfjähriger CDU-Mann macht's vor. Sie haben nicht mal das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes gelesen, wo drin steht, dass Ihr Entwurf hier verfassungswidrig ist. Also völliger Unsinn, jetzt hier so zu argumentieren. Machen Sie lieber Ihre Arbeit richtig. Und hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung. Ach, geiler Typ. Sobald der volljährig ist, wähl ich den. Alte Regel, wer austeilt, muss auch einstecken. Als Cem Özdemir neulich über Rassisten in der AfD geredet hat, konnte der parlamentarische Geschäftsführer seine Tränen kaum zurückhalten. Das ist ein Radikalismus im Bundestag, der muss ein Ende haben. Und das hat Özdemir beim letzten Mal gemacht, uns als Rassisten bezeichnet. Zum Mitschreiben, die AfD beklagt sich über Radikalismus im Bundestag. Ja, völkischer Humor, einfach der Beste. Liebe AfD, Puppenburg hin oder her, Ihr habt immer noch einen Fraktionsvorsitzenden, der sich nie entschuldigt hat für die geplante Entsorgung einer SPD-Politikerin in Anatolien. Höcke ist auch immer noch an Bord. Stichwort afrikanischer Ausbreitungstyp. Kurz gesagt, die AfD ist eine Partei für Rassisten und für Leute, die kein Problem haben, mit Rassisten in einer Partei zu sein. Und ja, ich sage gerade sehr oft das Wort Rassisten, weil ihr mir verraten habt, dass euch das wild tut, wenn man euch Rassisten nennt. Ihr Rassisten, hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ihr Rassisten seid. Rassisten, 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 Rassisten.